Die Studenten haben keine konkreten guten... Ja, das Sprechen ist schon etwas beschwerlich, aber noch beschwerlicher ist es, auf Ihre Fragen zu warten, denn ich muss dann in der Zeit die Luft anhalten, sonst kann ich Sie nicht hören wegen der Blasen. Im Endeffekt könnte die Innenministerin von Florida die Entscheidung über den neuen Präsidenten treffen. Hm, was sehen wir jetzt? Ich würde lieber Klaus Kleber sehen. Ich hoffe, ein Gespräch führen zu können mit Muammar el-Gaddafi, dem libyschen Staatschef. Die Leitung steht... Guten Abend. How do I address you? Wie soll ich Sie ansprechen im Übrigen? Lassen wir dies auf sich beruhen. Wie ist Ihnen der Präsident begegnet? Frau Will, erstens bin ich das nicht und zweitens werde ich es nicht sein. Und drittens ist mir der Präsident wie immer begegnet, wie im März in Deutschland, so auch hier in Washington.